willkommen zurück zu einer weiteren folge von firestorm weiter geht's ja im bad gibt hier oben nicht mehr alle zwölf stunden wegen einlassen laufen lassen vor ich habe ja auch ein bisschen waren weiter natürlich warum ich liebe da haben wir nichts natürlich achten zwei meteoriten egal auch nicht gestoßen übrigens immer noch vier astraler kriege aber auch schon fast fertig nicht mehr lang ist auch durch ja den hier schon gemacht genau wichtigste überhaupt über 10.000 wieder 35 schlüssel dürfen ich nicht nicht genügt haben da heute immer mehrere wochen ist man dafür für 20 25 schlüssel für ein artefakt dauert noch damit ich bin ich auch nicht mehr so oft noch nicht mehr so viele alte fakten hätte ich sei ein schlüssel nicht ein schlüssel ich habe ja auch noch nicht mehr großen phoenix egal wie viel schlüssel überhaupt gucken auch mindestens 30 jahr 30 dass ich nichts was getan auch noch 14 noch die beiden haben wir baum 11 und fertig ich mache jetzt mal wieder alle wollen verkaufen wissen was es können wir mal alle wollen soweit verkaufen wir über 1000 einmal stück wollte ich mit euch mal wieder machen ich verkauf die rollen und alle im kampf benutzen ist klar aber es ist ein paar viele ergebung wenn man alle drei hier habe ich die drei aktiviert noch mal extra bonus ich bin ich es nicht so wichtig ich lieber hier die forschung weiter was auch schon jetzt alles was können eine million fast 1,1 million hier sind da sind auch die 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 gruppe verstärkt oder hier merkt das was die schon leise schon nicht so schlecht ist wichtig kann man als minuten gebrauchen oder hier von 0 bis über 4000 habe ich bin ich eine gute leistung und den rest von 3.200 ohne boss überspringen alles das was gehören auch nicht verkehrt erstmal kommen die exotischen münchen auch forschung machen aber würde ich nicht raten lieber hier exotische verbesserung ist sinnvoller so haben wir den baum auch fertig wenn man beim baum acht geht nicht um acht und die wir oben an das sind die besseren manchmal ist ein skills wie goldregen zum das verbesserungsgefährte der bilder schon einiges 16 millionen prozent mehr fährst du ein effekt macht natürlich auch natürlich hier eine alle haupt als gebote auch noch sehr wichtig sehr gut ich bin dann schon was 70 millionen prozent mehr und die vielen ist aber letztendlich nicht so viel aber es bringt wird sehr schön ich der macht noch eine million zu verschillen gut gesundheit mehr leben ich kann was durch die rüstung nicht doch immer teurer und prestig voll muss noch wieder hier abschneide überspringen und die letzten drei immer die noch voll und wenn man sich reichen ich glaube ich nicht ganz reichen müsste passend haben wir den um acht komplett übersprungen um die lange für die rollen aufgesparten wo ich eine egal was schon eines gebracht hier würde ich nicht machen ja ich finde ich die schilder auch schon 818.000 von aber die kisten selber bringt gar nix ist sinnvoll ach ja 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 so hat auch mein baum sieht jetzt so aus mit der soße für dich da haben auch 35 in fast das gibt sich manchmal noch hier ein bisschen sagen uns mag schon zauber schon mal gemacht muss ich noch mache weil ich freien bogen teilen das für tank weil ich glaube ich da noch was mache oder reicht schon reicht nicht egal das mein baum und fast absolut sich sonst eigentlich beim alten nix ich bin jetzt level 444 da hat eines gebracht aber gehen natürlich weiter 4.312 und jenzen hoch 20 30 vielleicht mal so ins blaue wie gesagt hier ist ein bisschen hilft klar wie immer als zerstörungs magier bei nahe kommt von einem auch magier ok leute wie sagen das was ich heute sind uns die nächsten folge von versern ein apg ein schönes